Hypertrophie oder so, ne? Hey Boys! Komm ja auch schnell wieder hoch, aber... Ja, das ist immer so. Das ist reudig, ey. Mit dem Dings hier. Ich hoffe echt, dass es nicht anfängt zu pissen. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Ja. Oh, hier bin ich. Heute für mich auch alles. Dann machst du zweite Reitzeit. Außer für die Hoffnung. Ja, Boys! Oh, der erste Reitzeit! Oh, der erste Reitzeit! Wuh! Wettbewerb! 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 Hat Lukas nen Helm auf? Wo ist er denn? Ach, die sind neu, ne? Schön, dreckig mach. Wettbewerb! 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 Fuck! So macht das Film auch echt mehr Spaß, als wenn du die ganze Zeit so gucken musst. Warum siehst du so viel mehr, ne? Das ist krass. An dem gleichen Dunedorf auf zwei, drei, das macht er jetzt immer. Süße Tasche, Wolle. Süße Tasche. Machst einen Wanderausflug. Süße Tasche. Oh mein Gott. Ja, Thomas. Thomas, komm. Thomas, komm. Komm, Ratsch. Guten Tag, Herrmann. Steh den Back, der Mann, steh den Back. Steh den Back. Hallo. 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 Ich brauche auch mal so ein kommentarer bei 75. Kann ich mir einschätzen, aber davon sagt wahrscheinlich ein Punkt. Auch nur im Sommer. Im Winter kommt dann die Garage. Komm. Oh. Ich brauche noch. Hallo. Komm. Komm, du steh den. Komm. Körne! Körne! Körne, Körne, in Stand! Ja! Körne! 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 Das ist ein C-Spiel, oder? Ein C-Spiel. Ja, ein paar Minuten. Ja, ich habe auch. Das Ding ist halt, wenn du so hier oben sitzt, kannst du halt auch einfach viel besser die Strukturen irgendwie fehlen. Das war der Germanja richtig kacke, weil du heute gar nichts gesehen hast eigentlich. Du kannst die zu angucken, aber du bist halt ein bisschen ganz krass, ne? Ja, ja. Geht nach vorne ab. Boah! Falsche Hand, falsche Hand, falsche Hand. Schön! Hat er... Hat er... Hat er ihn noch getroffen? Oh, Mann. Feingen lassen, oder was? Ja. Hat er den Ball in der falschen Hand und macht dann wieder Froschen. Ich sehe es halt nicht durch die Kamera so gefühlt, ne? Also ich kenne es nicht. Aber trotzdem gutes Spiel. Ja, ja, ja. So sieht es ausgespielt. Ja, ja. Das ist halt stark in der ersten Phase, direkt durchzukommen fast, ne? Ja, super nüftig. Sieht man mal, dass es eigentlich nicht so schwer ist, ne? Also irgendwann, wenn wir das richtig zu spielen sind. Das war schön. Was? Was? David? Nein. Ein physikalisches Runde. Ein physikalisches Runde, ne? Kommt halt. Kommt halt. Meule, ne? Kommt! Kommt! Kommt halt. Kommt gleich unter ANDRES. Auf man sagt! Okay. bliin stepp. Wie kennen du? Nichts um. Werte irgendwie nicht? Schön eingeleitet, Benni! Das war der 12, oder? Ja. Ja. Ja, das ist gut. Brauchst du? Brauchst du? Hm, lange darf ich eigentlich auch zu bitten. Warte, Mann, Halt! Nein, Halt! 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 Das Ding ist halt, manchmal verlierst du den Bein auf euren Augen, weil du nur durch dieses Ding guckst, und er fliegt dann irgendwo oben. Ich sage, ich kann mal für den Film an. Ja, er wendet. Azir! Magst du mir gleich mal in den Film gehen? Tja! Graziat. Ich guck da schon mal so durch den Klammer. Ich guck da schon mal so durch den Klammer. Na, nach! Ich guck da schon mal! Ich guck da schon mal! Ich guck da schon mal! Ich guck da schon mal. Guck da schon mal! Untertitelung. BR 2018 2, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, Schönen. Leute hingelegt? Copy, glaube ich. Einer von den Kopfschutzmännern. Kopfschutzmänner. Hat er nicht gesagt. Es frisst nicht lange, ey. Bisschen cold ist es, ey. Ich könnte mal ein bisschen Feuer machen in den Container. Bisschen Garen für mich. Ich weiß doch nicht. Chora, ne? Manchmal muss ich dich in November hinbeziehen. Ist so. Aua. Jut. Juoci. 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 Ich Helick! Ich duvon! Juoci. 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 Abschłość. Genau! Ganz 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 Karl. Nicht so lange. Nicht so bald, Alex. Hey, hinter! Schau! 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 Ist der schnell gut? Ja, aber... Warte, warte, warte! Ja! Schau! 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 Ich bin für das erste Mal dieses Jahr, das mir denke ich brauche Handschuhe. Ich bin für das erste Mal in diesem Jahr, das mir denke ich brauche Handschuhe. Schau! 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 Schönen. Schön. Die Simi macht aber richtig Platz, Alter. Die Simi macht aber richtig Platz, Alter. Halt hin. Auf! Auf! Was ist los? Was ist los? Haben wir verletzt? Was ist los? Ich muss doch noch ein bisschen bewegen. Was ist los? Was ist los? Gut der Schub. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Fertig! 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 Ich weiß, ob ich ein spaßiges Schwimmer spiele, ne? Von einem Steiger begriffen zu uns und nicht. Was ist, Robert? Wolltest du ein bisschen sleepy? Ja, ey. Ich hätte eine richtig gerne Frühstück. Ich hätte richtig gerne Frühstück gehabt, wenn du merkst. Einmal c 마caieren. Elf ist ein bisschen flink. C64. Elf ist ein bisschen flink. Elf ist ein bisschen flink. Elf, Elf! Elf! Elf, Elf! Elf! Elf, Elf! Das ist der Sinn? Ja, aber ich hoffe nicht mehr. Schön. Die Wiese für die Stimme, nicht vergessen zu atmen. Puh, gut. 5, 9, 5, 9, 2, 1, 3, 5, 6. Halt hoch! 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 Ich seh's halt einfach gar nicht durch die Kamera, ne? Gerade kommt richtig in meine Mittagstiefe, ey. Auf keinen Fall. Was hast du denn? Das ist nicht so schlimm. Ich hol mir dann kurz meine Jacke. Nice try, Robert. Nice try, guys. Nice try, guys. Nice try, guys. Nice try, guys. Weiter, weiter, weiter! Schönen. Schönen. Gut. Schönen. Schönen. Schritt. Stimmen. Schönen. Das war's für heute. Lui, Lui, Lui! Schnell. Stark. Oh, Copy, ne? Uwe. Ey, es haben so viel jetzt einen Kopfschutz auf, dass ich das gar nicht mehr... ...und nicht der mit den orangenen Schuhen. Ah, okay, das ist... Okay. Was? Das ist ein Copy auf der Ecke. Oh, jetzt zieht dieser Grillmock rüber, ne? Da krieg ich schon wieder direkt Hunger. Und dann ist das hier. Oh, schon wieder. So, jetzt kommt ihr hier gerade wieder. Mal so ausgeschaltet, was nicht mehr so ausgeschaltet ist. Aber wir fahren weiter und du wirst mit dem auf der Ecke, und da musst du noch einmal taki. Und wir wollen noch etwas machen, Und zwar immer, das war es nicht mehr. Und da war sehr, es ist immer mehr in den nächsten Jahren, Oh, das war es! Schade. Schade. Auf! Nichts! Nichts! Auf! 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 Oh! 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 No! Oh! Michael! He's running under! Oh! Hello! Oh! Hello! Toic! Jungs. Geh daheim! Lasse, lasse! Ja, 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 lasse! Geh hin, nach! Geh! 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 Kom mal, da! Geh! Lasse, rum! Komm! 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 Wuhuuu, wuhuuu, wuhuuu! Auf! Weiter, weiter, weiter! Die auf der Bank freuen sich auch richtig gerade, ne? Die auf der Bank, das ist auch schön geil jetzt. Ich verstehe gar nicht, was... Was? Ich verstehe gar nicht, warum wir nicht mal... Ist das doch ein Anregen, ne? Warum wir nicht immer so Kabinen haben, wie bei uns. Was? Bei so einer Investition ist das auch nicht, oder? Was? Ja, das stimmt schon, ne? Knallst du also in eine Hütte hin? Das riecht gut nach Schinkendriller, ne? Holy shit. Und jetzt finde ich! Das ist so eine Hütte hinunter. Das ist so eine Hütte hinunter. Ich habe eine Hütte hinunter. Anfänger oder nicht? Ich habe eine Hütte hinunter. Ich habe eine Hütte hinunter. Ich möchte auch noch einen Beteiligten! Das war's für heute. Schmerz! Schmerz, 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 schmerz! Hupsi! Einmal zurückgelehnt! Neun, zwei, eins, sieben, drei, eins, fünf! Hupsi! Hup! 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 Linie, Linie, Linie! Kicken die oder? Das ist eine ganz gute Plastikposition. Wenn sie die runterziehen, dann stehen sie. Klau zu weit! Klau zu weit! Klima! Super! Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es Ppl. Jetzt kommen wir wieder hin, dann gib es dir. Genau so weiter, hart arbeiten! So Spinner auf deiner Hand, Robert. Mein Fass ins Gesicht gekrabbelt. Alles weg, keine Sorge. Was soll das Schwenige hier? Also, du kannst das noch... Was soll das schwenig hier? ... 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 Keine Ahnung, ich hab's ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Deswegen jetzt... Das war das erste Mal, dass ich die Karte bekommen hatte. Das war eine schöne Vorbereitung. Alles verschiebt gerade hier. Stopp, stopp, stopp! Immer in der Verteidigungssprung. Was los, Robert? Die Bade fangen halt bloß ein bisschen scheiße rein, ne? Hä? Ja, das ist ein bisschen scheiße. Oh, scheiße. Preuss. Tür. Uhr! 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 justiere Christian. Nee! 史 Hassen! Hassen! Werden kommt für Janus, oder was? Und Maia kommt für wen? Für wen kommt der Maia? Hä? Hey, warum ist das doch Spaß? So lange hat der Ferner oder so? bull hat экstärken und s BLM Das ist dann der Ferner Reusc. Wlig! Und hinein ist es. Hassen mit ein locker Keilfirzi. Schmerz! 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 . . . . . . . Ich glaube, da hast du mich auch nicht selber hinterher. Auf jeden Fall. Wer kommt denn jetzt für wen? Für wen kommt denn Mahi? Für Simi? Ja, wegen der gelben Karte, damit sie eine volle erste Reihe haben. Achso, okay. Damit contestet ist im Team. Das wird ja jetzt ein Fun-Gedränge. Ja, das ist Tacke. Ja, das ist Tacke. Ja, das ist Tacke. Das kriegt mir jetzt noch nicht, ne? Scheiße. Ja, das ist Tacke. Ja, das ist Tacke. Das ist Tacke. Ja, 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 das ist Tacke.